Die Entwicklung von Handel und Industrie erfordert die Konstruktion neuer Fahrzeuge und Betriebsmittel. Gewöhnliche Güterwagen sind in hohen Geschwindigkeiten der Schnell- und Eilzüge nicht gewachsen. Drehgestellwagen wurden in den Verkehr gestellt, die mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer die Stunde laufen. Für die Beförderung von Kraftwagen wurden schnell laufende Sonderfahrzeuge ausgebildet, die ein bequemes und schnelles Verladen ermöglichen. Eine neue Güterzug-Lokomotive, die erste einer neuen Baureihe mit der Bezeichnung von 41001 wurde in den Dienst gestellt. Immer größere Transporte müssen für das wachsende Wirtschaftsleben unseres Volkes geleistet werden. Stärkste Maschinen bewältigen diese Aufgaben. Die neuen Einheitsdampfloks und Güterwagen sollten die Typenvielfalt der Länderbahnen beseitigen. Wie wir wissen, ist dies nur bedingt gelungen, denn ein neuer Krieg bahnte sich an. Wieder musste die Eisenbahn zum Handlanger werden. Trotzdem wurden viele Planungen bis zum Kriegsausbruch verwirklicht. Dann rollten Panzer auf die neuen Transportwagen. Die Reichsbahn war im Krieg, vor Transportleistungsrekorde, die es noch nie gegeben hatte. Nur sechs Jahre danach lag Deutschland in Schutt und Asche. 75 Prozent der Bahnanlagen waren zerstört oder schwer beschädigt. Ebenso das rollende Material. Doch sofort nach Kriegsende machten sich die Eisenbahner an den Wiederaufbau. Zuerst waren es nur Aufräumarbeiten. Dann wurde in Handarbeit Schwelle für Schwelle und Schiene für Schiene das Gleisnetz langsam wieder aufgebaut. Ein großes Hindernis waren die zerstörten Brücken, die meist nur notdürftig repariert werden konnten und das oft ohne schweres Gerät.